Ja, zur Genusswelt ist es gekommen, dass ich vor 23 Jahren die Idee hatte, eigentlich meine Kochleidenschaft anderen näher zu bringen, da ich auch vielen Menschen begegnet bin, die nicht so häufig kochen und nicht wissen, wie sie es machen müssen. Und in meinem kleinen, bescheidenen Genussweltreich hier ist oft ja nicht so riesig Platz für viele Kochinseln. Da unterstützt natürlich der Thermomix ganz toll. Und mit dem Thermomix zusammen gestalte ich viele Kochabende, Kochevents und Serviceabende. Also ich arbeite vor allen Dingen gerne mit den Rücker-Produkten, weil zum einen natürlich unsere Milch da reinschließt und ich weiß, was drinsteht. Und zum anderen auch, dass das Familienunternehmen Rücker Wert ligt auf gute Produkte, wo keine Zusatzstoffe drin sind, wo eine natürliche Reife gelaufen ist. Dadurch, dass die Produkte so vielfältig sind, gibt es eigentlich auch viele Lieblingsrezepte. Allein so ein schönes, frisch gebackenes, warmes Brot und da so einen leckeren Dip aus dem friesischen Hirtenkäse. Ein Träumchen. Das Rezept findet ihr dann auf dem Blog von Rücker oder auf meiner Genusswelt-Webseite, damit ihr es umgehend nachbauen könnt.